Liebe Bürgerinnen und Bürger, wir sind hier in Glettham an der Ecke Karlstraße, Friedrichstraße. Hier, wo wir bereits einen authentischen Ort haben, ist der Mittelpunkt für diese Bürgeraktion, nämlich Quartiersmanagement in Glettham Nord. Wir sehen hier im Hintergrund bereits einen sehr einladenden Bürocontainer, der dazu dient, die Gespräche zu bündeln, aber auch zu zeigen, dass wir vor Ort nah gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern und durch viel Informationsfluss dieses Quartier weiterentwickeln wollen. Zahlreiche wunderbare Ideen von einem frischen Markt bis hin zu Spielplätzen sind es, die im Rahmen der Bürgerbeteiligung jetzt schon auf dem Tisch liegen und wo wir mit großem Engagement gemeinsam mit der Bürgerschaft hier Glettham voranbringen wollen.